Meine lieben Freunde, hier ist Robert Götz-Matuschewski mit einem weiteren sehr wertvollen und selten beachteten Energiespartipp. Ja, ich muss jetzt mal ein bisschen ins Spirituelle gehen. Ja, ich wäre nicht Robert Götz-Matuschewski, wenn ich nicht da auch vielschichtig informiert wäre, wäre, wäre. Ja, wir sprechen über Erdung. Ist wirklich wahr, also das ist jetzt wirklich wahr, also das ist jetzt kein Mux. Also es ist tatsächlich gut, wenn man viel Barfuß gehen tut, Barfuß, ja. Am besten auf Waldboden, Barfuß, dann erdet man sich. Noch besser ist natürlich am Meer, am Strand, aber es ist ja selten ein Strand zur Hand, wenn man ihn gerade braucht, vor allem zur Erdung. So, also jetzt kommen wir zum Energiespartipp und der ist, wie gesagt, der hat, der ist nicht ohne, der ist nicht ohne, ja. Da fällt mir übrigens eine Geschichte ein, ich komme gleich drauf, ja. Ich leite jetzt ein, diesen Energiespartipp mit einer Geschichte. So, es war dereinst eine große Schuhfabrik. Wer jetzt ein bisschen pfiffig ist, der wird schon ahnen, in welche Richtung es geht. Erdung, Schuhfabrik, aber ihr seid gespannt, ich mache es spannend. So, es war einmal eine Schuhfabrik, Martina ist im Hintergrund, die ist auch schon gespannt, was da gleich kommen tut. Geschichten sind immer schön, ja. Übrigens, bitte diesen Kanal abonnieren. Ja, ich will jetzt 10.000 haben auf dem Zweitkanal, muss jetzt mal auch sein. Ich hätte auch gerne 10.000 Euro, aber jetzt fangen wir erst mal mit 10.000 auf dem Zweitkanal an. Egal, jetzt so spannend. Also, es war dereinst eine Schuhfabrik, so. Und die war sehr erfolgreich und die waren Marktführer in ganz Europa, ja, Europa, in ganz Europa. Damals noch auch Osteuropa, überall. Und da hat der Chef gesagt, so, wir müssen jetzt expandieren, Expandation oder so ähnlich, also weiter nach. Da hat er dann zwei leitende Verkäufer nach Afrika geschickt, nach Afrika. Und dann hat er gesagt, so, ihr geht mal gucken, wie der Markt da unten ist. Jetzt kommt's. Der erste Verkäufer kommt nach vier Wochen zurück und sagt, Chef, Afrika ist kein Markt. Die Schwatten tragen alle keine Schuhe, kein Markt. Kurz darauf kommt der zweite Verkäufer zurück und sagt, Chef, unglaublich, ich hab den größten Markt der Welt entdeckt. Die tragen alle noch gar keine Schuhe. Kommt immer auf die Perspektive an, merkt ihr? Gar nicht so schlecht, die Geschichte, ja. Und da wären wir auch schon bei der Geschichte mit dem Energiesparen für euch. Erdung wichtig. So, und vor allen Dingen auch Abhärtung. Bitte tragt ab sofort, ist jetzt kein Witz, keine Schuhe. A, erdet ihr euch. Und B, nutzt ihr keine Schuhsohlen ab. Habt ihr euch eigentlich mal Gedanken darüber gemacht, wie viel Energie verplempert wird, ja, beim Schuhebesohlen, ja? Dann denkt ja wieder keiner drüber nach, ja. Man zieht so Minot, Junot, mir nichts, dir nichts, einfach so seine Schuhe an, denkt sich, ha, 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 ha. Und nimmt dabei überhaupt gar keine Rücksicht auf CO2, ja. Ja, der Schuster, alleine schon die, da Klebstoff und so Sachen, ja, und Kunststoff, ja, wohlmöglich noch aus Öl eher hergestellt. PVC aus Öl, ja, hier aus russischem Öl, nein, nein, nein. Ab sofort barfuß laufen, Vorteil. Wir brauchen auch keine Strümpfe. Und allein das Waschen von Strümpfen, wenn man das mal hochrechnet, aufs Jahr gerechnet, ja, das schleppert sich. Also, keine Schuhe tragen, Doppel-Effekt, wir sparen Energie, CO2, Klebstoff und so weiter, benutzen kein russisches Öl für Schuhsohlen und erden uns, oder? Und die Füße auch nicht waschen. Füße waschen geht gar nicht, das ist, das ist, das ist, ja, genau, ja, ja, da ist N-A-Z-I, ja, Füße waschen. Womöglich noch mit warmem Wasser und Seife, bäh, nein, 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 nein. So, Freunde, und dann sind wir auch den Grünen und den Linken einen Schritt näher, äh, einen Fuß näher, ein, äh, auf jeden Fall sind wir bei Ihnen. Ja, nee, egal, ist egal, was erzähle ich denn da. Freunde, auf in den Tag, Grüß von Bruno, Kevin, Jerome und meiner lieben Frau. Martina. Martina, und solltet ihr gerade krank sein, schnell wieder gesund werden, denn wir brauchen euch und wir bleiben standhaft, optimistisch, voller Tatkraft und tragen keine Schuhe. Äh, und halten zusammen. Und halten zusammen, nein, ich hab euch lieb, Freunde, ist das schön, ja. Es kann so einfach sein, oder?